moin leute und willkommen zu einer weiteren folge minecraft seysern yeah na alles gut bei dir oh brauchst du was? ey du kla- getrohlt junge sobald diese holzdinger müssen irgendwann weg also das machst du dann, du hast dich gebaut also machst du es auch weg kannst du, ich komm hier nicht mehr hoch, ey das ding muss ich aufladen, dieses warpstone ja, das ist, wäre auch schuld, ne? ey jetzt musst du bloß abbauen, jetzt musst du bloß abbauen, so dein ernst, deswegen, ach komm, Alter, kannst du nicht mehr jetzt bin ich wieder oben, ich würde am besten jetzt direkt nicht runterschlagen okay, wir gehen jetzt da hin, alles klar ah, da hin, meinst du, ist das gut? ja was ist da, was ist denn da? ich hab gesagt, wir gehen da hin, weil ich bin Chef und wenn ich sage, wir gehen da hin, gehen wir da hin scheiße, ja okay, ja gut, aber gut Argument auf jeden Fall, also sehr nice weiß okay, warte, Junge chill, machst du Speed, John? mhm okay, mach mal, ich bin gleich da ey, willst du, willst du Leafy Chicken Sandwich haben? ein small kriegst du auch gar nicht hin die Junge, du Knecht ich hab ja noch meinen Bananen Pit, macht so viel Schaden scheiß an Bananen Picks weg ey also diese Aums immer diese Aums immer mitnehmen, ja, wir müssen glaube ich etwas weiter wegtraveln diese Aums immer mitnehmen, also die brauchen wir was ist denn Aums? ja, das sind diese komischen, mhm, die hier kann ich dir essen? die brauche ich, nein, die brauche ich für Magie ich schwör mal nicht? nein, leider nicht das ist ungesund, tut so den Zähnen ein bisschen weh oh, meins scheiß, ich kann es die abbauen ähm, äh, Ho-Pick-Art, meins, abgezogen ey, hast du Holz? wir haben jetzt ein Ruby Holz äh, nein, hab ich nicht ja, das kannst du werfen, du, die jetzt, guck mal kann ich werfen? dann kannst du auch nicht werfen, dann kann ich was machen ich kann auch so ähnliche Sachen machen ich hab nichts zu werfen wait, also dir geht's an Essen technisch gut, oder? Battle Tower ja, ja Battle Tower, Junge dir geht's hell gut nice Bitschon oh, scheiße Bitschon komm her mach's schneller die Desert Nova auch mitnehmen, aber ich weiß nicht, wie die aussieht du Knecht kennst dich ja gar nicht mit Arsmarika aus was für Arsmarika? Arsmarika ist ne geile Mod, aber du kennst dich damit nicht aus ey, du bist das Schwert ist ne geile Mod ey, du bist ein Blumenkind, guck mal im Chat, du bist ein Blumenkind du bist ein Blumenkind, guck ja wenn du Kühe oder Leder siehst oder hast, dann sag Bescheid, okay? alles klar, also wenn ich kein Lederlück für... ach Junge mein Gott, bist du witzig ja klar, kein Ding so, ich bin gleich auch da hi Speedrun nein, nicht Speedrun, ich will auch noch was haben oh, du Knecht verdient sich nein, weg mit dir weg mit dir Brot und Glas nein, scheiß auf dich komm Junge hab's genommen du kommst hier nicht hoch oh, scheiße du gehst ja auch lang ich hab Leder, let's go, Alpha, ich wollte 6 Detect Damage, na ne, freu nicht wait, wie bist du noch, hä, wie? ach, du Knecht Junge, ich will auch, ey, ich will auch ey, Junge chill, ich will auch was Gutes ey, du hast dir, wow hast du nicht, ne, hast du nicht wow, danke dir aber ich hab Leder hast du einen dir, hast du einen dir? ich hab keinen dir, nein also, ob ich dir jetzt noch dir gebe chill, 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 hast du Holz für mich sehst du aus? ich brauch einen Holz ach, scheiße, ich liebe es auch arm warte, kann ich irgendwie ein MLG machen oder so? geh mal ein Ding zurück was denn? steh, achso geh mal ein Ding zurück Junge, nicht runterhitten nicht runterhitten? nein, nicht runterhitten soll ich dich runterhitten? soll ich dich runterhitten? nein ja, lach, man sieht sich so, runterhitten oh Gott, hier sind irgendwelche Fische oder so ne das sind Vögel sag kurz aus wie ein Fisch sag von oben aus wie ein Fisch lass mich hey, noch ein Belletower warte, 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 ich bin leichter, ich bin leichter, ich bin leichter wir machen den zusammen diesmal wirklich zusammen so ich muss aber vorher noch eine Sache machen so ja zack du wirst gleich Magie sehen das kannst du auch gerne machen ich steck gleich Magie sonst so rein, ne? Junge, oha umso gemein ja wie wir ein Belletower jetzt machen waren wir da schon? ich kill dich jetzt ne, war auch noch nicht Packaxe Case Packaxe Case, aber wir haben gar keine Keys dafür ja, bist ne armer Schlucke lass uns nach den Capen gehen ja, ok, machen wir aha, aber erst will ich so ein komisches dieses komische hellblaue Wasser das graue Wasser wenn du das siehst, dann sag Bescheid soll ich's trinken? nein, nicht trinken du musst nicht alles trinken, was du siehst ey ich ruß dich doch mal wow, danke dir aber ich will gar nicht in den Belletower ich schon ok, du machst den Belletower ich such nach magischem Trinkwasser äh, nicht Trinkwasser Trinkwasser war nicht nein, kein Trink auch komm, 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 komm nicht in den komm runter, komm hier, hier, hier ich schwör sogar nicht ich muss dir was zeigen jetzt, komm her du bist du bist im Boden vom Belletower okay so, denn das wundervolle Ding hier jetzt hast du's dann komm jetzt her oh, bei mir ist irgendein Löwe Junge, einfach Löwe ja ich bin mir jetzt wirklich ein Löwe soll ich dir helfen, soll ich dir helfen, Hilfe das geht nicht macht der Schaden? ne ne, nicht wirklich jetzt komm endlich her ich muss dir was zeigen noch ein Löwe Junge, scheiß mal auf deine Löwen ich muss dir jetzt was zeigen nein, ich muss erst ich muss erst Belletower Speed nein, du machst jetzt ich muss dir Magie zeigen jetzt komm her oh, ich sterbe ich sterbe, ich sterbe na gut, so jetzt komm er nicht runter nein eigentlich eher nicht so gut, aber was macht hier so komische Geräusche hätte ich nur einen Schiss oh, hier ist ein Löwe echt jetzt? ja habe ich euch das zuvor gestern gesagt? oh Gott ey, ich fetze den Löwen ich fetze den Löwen Junge, wie sieht der aus? ein Herz hey, ich habe ich habe auch ein Herz aber ich habe ein Hartkanister ey warte, äh, das Ding das Ding fahre ich hier hin so, jetzt habe ich ein Herz mehr ich brauchst, ich habe Leder, oder? ich habe Leder, ne alles gut du willst aus dem Leder nütz? na, mach mal was machst du jetzt? weißt du, was auch ganz cool wäre? ich habe mir ein Senus gegessen weißt du, was auch ganz cool wäre, Alfa? wenn du mir endlich herkommen könntest das wäre auch gleich gleich, gleich, gleich wir müssen jetzt einen Weltdauer schaffen wie lang dauert der das ist ein großer Junge was ist los? hier guckt ihr der Kopf vom Löwen einfach raus wie hierhin wieso, Junge kann ich ihn hitten? ne oh, manchallah, adios ja, kannst du nichts machen? so, jetzt komme ich er kann doch was machen, scheiße Junge, guck dich mal da bist du oh Gott ich baue ja 3x3 ab, scheiße egal, trotzdem fett sich den okay, hab ihn jetzt komm endlich her okay, ich kann runter okay ich habe keinen Waffen wobei, da ist ein Fluss okay, nice so, du beobachtest du beobachtest jetzt den Anfang des gesamten Projektes, okay? Alfa will auch so, ja, ja das machst du gleich auch ich habe mehrere Bücher komm mal jetzt, guck zu guck zu guck zu guck zu es geht rein und und rein in die Olga und hast du es dann oder? ach, jetzt okay, perfekt und das ey mein Arcane Compendium jetzt machst du dir deins klappt nicht, Junge das Wasser ist ausgetrunken oh, bei mir geht's oder mach du dein Buch rein warte bei mir ging's doch warte, bis die Partikel weggehen achso, bei mir waren die nicht da ey okay your first spell ey, 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 ey das machen wir dann in der anderen in der anderen Folge wir brauchen ein Backpack kann ich mir ein Backpack machen? oh mein, ich hab's guck, ich hab's Buch was für ein Buch? ah ja, nice ich hab's jetzt jetzt sehr nice äh, aber schreib's mal kurz auf dein Buch kann ich jetzt essen? ich mach mir kurz Essen brauchst du Essen? nein, kann ich's Buch essen? achso, nein, du kannst das Buch nicht essen nein, Junge so, warte, was ist das hier? Pocketcent achso, ne, das brauch ich nicht Backpack hier, wir haben Backpacks ich brauch Tentleather Junge vielleicht Tentleather sonst wo rein? das ist ja ja, hast du's dann mit dem beleidigen? ja, aber ich hab Blutopards doch über Eisen scheiß mal auf alles doch einfach nur Eisen ok, würde ich kommen ich geh auch mal wo bist du? brauchst du Blutopards? nein, ich brauch kein Blutopards wo bist du, Junge? ja, ich bin ich doch, 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 doch Blutopards brauch ich bist du? ich hab's gerade eben erst gegessen da bist wohin bist du gelaufen? ha, wo du nicht gelaufen bist Junge so funktioniert das nicht ich hab's gerade in dir, Pilke jetzt komm her nee ja, hast du Spaß wo bist du? komm noch zu mir ach, da bist du oh, ich seh dich ja, doch, ich bin auch gleich von so weit weg sorry, das nein, okay, sorry das muss einmal kurz sein Schafe Schafe? oh Gott oder was ist das hier? äh, Aluminium aber ist das gut? warte, warte nein, das ist scheiße du, Aluminium ich kann's ins ins melden also lohnt sich das für mich drei, ach, vier Arme Hilfe, ich bin geklaut vom Vogel du bist von einem Vogel geklaut ja, Junge warum klaut dich ein Vogel, Junge ich hab' dich von ich hab' dich von einem Vogel klauen zu lassen nein, guck, guck, guck oh Gott, das sind auch Vögel das sind auch, oh Gott ja, die klauen dich die klauen mich echt, Junge warum klauen mich Vögel ja huch okay ich klaue heiße Dinge Spaß, 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 Spaß Hilfe so, ich, äh nehm' Löwen, hallo nehm' immer alles mit was du in den Höhlen findest, ne man weiß nicht, wann er's braucht weil das ist Silber auch TNT TNT, was für TNT nein, TNT brauchst du nicht ich gehst ein Girardhund TNT brauchst du ganz sicher nicht ja, das braucht nicht nein ich hab' irgendwelche Hunde oder sowas Hunde? was für Hunde? ja die Bieschi was machst du grad naja, können wir mal bitte zusammen ja, da hinten bist du glaub ich oder? du hast gleich weiß von dem, ey ja doch, da hast'n Hund guck mal, da hast'n Hund ja, ist das nicht ein Pokémon? ja ah, nee, das ist kein Pokémon das sah von, von Weitem aus wie ein Pokémon oh Gott die Nacht ist gruselig hier ist ne Case komm mal hier rein, komm mal hier rein jo, jo, jo der Case aber auch Fackeln der Case ist das Wichtigste ey, hier ist ein Kobold ey, hier ist ein Kobold Alpha dein Bruder malz'n Maut dein Verlorener Zittingsbruder ich tue sich gleich aber irgendein aber irgendein Aschenkobold da soll ich meine Ahnung ist das nicht nur die Tende? wait, bist du taub oder blind auf meinen Ohren? hehehe ich bin auf meinen Ohren blind, ja Elisus mich wennest du's will aaaah, Hilfe! oh Gott, pass auf! Rock'n'Roll ja, ich will kein Rock'n'Roll wieso nicht? ich will nicht komm, komm mal hier runter ja, ja oh Gott warte ey, hier ist ein, hier ist ein krankes Erzimmer ey, meine Sands ist fast kaputt ja, was hab ich bekommen? doch am Schwert oh, warte, warte, warte ich hab irgendwas krank, heftiges bekommen ich schwör, ich warte nicht hier sehen was Moonstone, Leute Oliven ich hab Oliven ja ich hab Moonstone bekommen warte mal ganz kurz scheiß mal auf Moonstone ich hab Oliven Ohr Moonstone ist krank ne, keine Ahnung Jochen, guck mal Oliven Ohr was für ein Ohr? Oliven Ohr Oliven Ohr ja der Oliven sind, das ist kein Ohr du Folli ja ach guck mal her hier noch ein Oliven Ohr noch ein Oliven Ohr ne, Oliven wachsen an wo wachsen, wo wachsen an Oliven? sag, warum wachst du mich? ich weiß nicht Damaged Leather Belt kann das hier hin? nö hier? nö ich hab irgendein Fleisch bekommen was mach ich daraus? Leather Scraps noch mal Oliven Ohr was mach ich daraus? Leather was ist das für ein Ohr? ok, keine Ahnung ich bin gleich da, warte ich mein grad noch ein bisschen Eisen ich hab... wie ein Theum Ohr Wind hier im Ohr? du meinst, äh zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal wie sieht das aus? vom blauen Staub ja, das ist wichtig, das ist wichtig nimm das auf jeden Fall mit ne, ich hab's doch weggeworfen nein, nimm das mit ok, dann bleib ruhig wieder aus das ist für meine, für meine Magie ich hab kein Gehäuser ich bin, ich bin hier unten in der Hölle Junge, was sind hier für Erze? ist das Uran oder so? das ist Oliven Ohr oder das hier ist Oliven Ohr Digga, sagst du ernsthaft zu Oliven Oliven Ohr? ja das ist Oliven, ich dachte du meinst wirklich Oliven das ist Oliven was mach ich darauf überhaupt? weil das sieht gut aus Olivenrüstung das ist keine Olivenrüstung ja, also... ok, dann ist das jetzt Olivenrüstung ich hab alle so viele Schlüssel aber auch keine Sticks Uranium, Ingrid, Junge, ich hab Uranium irgendeine Hexe greift nicht an ey, Alpha, was mach ich mit Uranium? oh Gott, hier, irgendein Vogel warum sind Vögel in der Vögel? die beste Frage, warum nicht? ey, hast du Holz? ich möchte es dir nicht erlaube Holz, äh, ein Oak wow ist ein Oak genug? oh, ich hab noch ein bisschen Holz oh, perfekt ich hab ein Veteran du hast ein Veteran? ich glaub, hier sind wir so ein Hund Junge, was machst du? ich komm jetzt her, Alter was zur Hölle treibst du da? warte, was ist das hier? Perry Dot was ist Perry Dot? ist das gut? ist das ist eine gute Frage ne, das ist genauso gut wie mein jetziges ok ich bin auch so gut wie mein jetziges du bist scheiße komm komm mal zu mir komm mal zu mir und wir machen jetzt dann wir machen zusammen mit Keystone ich bin da was noch mehr für ein Stone? du hast irgendwas mit Stone gesagt? nein, nein, wir machen Keystone oh mein Gott ich hab ne ich hab ein Dungeon gefunden scheiß, mein Schwerd ist kaputt komm her, Dungeon ich hab mein Schwerd ist kaputt ich muss mit Axt campen Hilfe ich weiß noch nicht mal wo du bist ja, achso ich sneaker grad solltest du mich sehen ich bin direkt hier oh ne, wait, das ist oh oh, das sind irgendwelche Namepacks von Monstern ich seh dich gar nicht ich hab ne Lurker Skin Tested bekommen oh, HOP Hilfe 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 ich weiß noch wo du bist Junge, ich weiß auch nicht achso Alter, Split Left Ratte ne, Kobold schon wieder so ein Kobold schon oft Lootboxen zu machen, man ich höre nicht, ich hab nen Vogel was mach ich daraus? ich mach irgendwas Leather Scraps oder so ah, hier, Leather Tier 2 ich brauch kein Leather Tier 2 ich hab schon wieder nen Hartkanister du wirst immer von mir Angst haben Junge, Enderman Mask wow ja, hier ist also keine Short dagegen total Mann, diese kack Zombies hier doch jetzt ja, der Kobold greift mich an, Alter oh Gott, okay, langsam sterbe ich so langsam sterbe ich kannst mir helfen warte next case ich hab Lidl in Sache bekommen Junge, scheitrecht Bone Pickaxe, Digga ist das nicht Volle OP? ja, Volle OP ist eigentlich aber normal ich weiß nicht mehr wo ich bin, aber komm mal Rot jetzt komm, komm, komm ja, den fetze ich jetzt so, ja, ja ja, warum ist Holz eigentlich seltener als, keine Ahnung, Dias oder so genau, fetze ihn einmal kurz und ich machen wir ein bisschen was anderes Alfa? ja oh, ich wollte nur mit reinkommen ich dachte, wenn man die öfters öffnet, dann kommt der TNT raus okay, keine Ahnung Creeperbett hat das der Hersch gemacht? okay, sorry okay, du bist eins nein, mein Herz nicht, ich verarscht oh mein Gott oh mein Gott nachdem gibt's mein Vogel eigentlich dein Vogel? oh Gott Hilfe was für was für war das dein Vogel oder was würdest du ihm zeigen? nein, nein guck mal mein Vogel auf den Schultern ach so, oh, geil oha ja, ja, ja aber das ist nicht ein eigentlicher Helm, oder? doch, das ist mein Helm mach das lieber in den guck mal hinter dir Junge ihr bist so behindert, wie's macht das? und einfach muss ich natürlich mal wieder saven pack das lieber in das Cosmetik-Armorteil oh oh ja, ja, ja nein, Digga mach das doch nicht so guck mal was ich kann und jetzt ist insinn gesmeltet oh oh mein du warum? Junge, reicht doch Mann, ich mach nichts ich bau das nur ab hier hast du dann 4 Eisen hast du Sticks, oder? hast du Holz, oder? okay hast du Sticks, oder? dann mach ich jetzt auch Case Opening wie der mich hier abfuckt, Junge ah, tut mir leid Junge, jetzt spawn ich die ganze ähnliche scheiß Monster, Junge okay, so jetzt, Alpha, ich mach jetzt Unboxing, okay? so bitteschön und was ist das? warte, was, 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 warte, was ist das? danke dir, echt OP okay okay, Helmet Case so, let's go was für'n Helmet kriege ich bitte irgendwas Gutes, bitte irgendwas Gutes irgendwas krank OPs und Traumelwirbel warte, was? das macht mehr Max-Health ist das so ne Art Extra-Herzen? ich hab auch an den Extra-Herzen wait, what? an den Chest-Pay what? was denn? ich hab was mies OPs bekommen ich hab einfach gerade 10 Herzen was dazu bekommen durch diesen Helm nice also ich den hier wie sieht er denn aus? Material Case das ist einfach nur ein Erz der was, was will ich mit Erzen? Junge, was will ich mit Bricks? 61 Bricks was will ich mit denen? die beste Frage was willst du nicht mit denen? alles oh geil das, das hol ich mir das Kuparachamid nein, das ist eins hier frisst das okay, warte, ich kann mir ich kann mir Kopperrüstung machen glaub ich ist Kopperrüstung gut okay, kann ich mir doch nicht machen Aluminiumrüstung? ne, ist scheiße das ist ja mein Fleisch Eis, was? das ist ja mein Fleisch ja wenn wir eben ein Eisenschwert so und jetzt kann ich time to strike okay ich findest mein Olivenschwert eigentlich mein Olivenschwert? oha oha gell das hat was wie findest mein Damaged Leather Belt? oh scheiße hier, frisst doch, alter süß also, äh Shimmerite das war glaub ich einfach nur für Blöcke, oder? genau, für Shimmerite Blöcke das bräuchte ich dann für Magie noch was, a Kayn Compendium ja, das kann man doch nicht mal anziehen was kann man nicht anziehen? äh den Gürtel achso, ja, ich weiß den kannst du nur verkraften was ist? Hilfe! komm, du jetzt erstmal mir helfen ja Shimmerite Shimmerite Reeper, oh Gott ich schwöre du stirbst, Junge nein, nein, ich sterbe niemals ok, perfekt äh, warte, was ist das hier? Aquamarine nein, in deinem Begeg oh Gott, oh Gott blaze drop, blaze drop, blaze drop, blaze drop warte, was droppe ich, das hier? woher hast du denn blaze drop? irgendein, äh, äh, Monster hier, keine Ahnung komm mal her und hilf mir ich hab Aquamarine super, aber, und ich hab Probleme hier das ist aber auch schwach junger Alpha, komm mal jetzt her lässt du mich hier im Stich? ok, so, dankeschön oh liebner Herz oh Gott Junge wer ist er? das ist mein, das ist mein Vater dein Vater, sagste? ok ja, glaubst du nicht besonderer Vater ah, ich brenne du so, mein Dias du so, mein Dias du kannst deine Mom bleib mich an was für ein Ding? keine Ahnung, dagegen sind der KS4, hab ich angerufen was brauche ich davon? ich brauche, oh das Ding sieht gut aus aber ich glaub Äpfel brauche ich nicht ich sie auch gut aus nein, du siehst kacke aus guck dich mal an ich glaub Broobies macht 6 Detect Damage oh Gott, du denkst wer du bist, ey ey ich hab, ich hab Regenbogenohr gefunden ich hab Regenbogenohr scheiße, Regenbogenohr weggesprengt? nein, doch nicht ich will Dias Alpha, ich hab Regenbogenohr echt? ja wenn du Bluetooth hast, brau man, ich hab so ein stressiges Inventar grad äh, was brauche ich nicht, was brauche ich nicht was brauche ich nicht scheiß mal Creeper Pet ich hab Uranium, ernst ja, das ist unnötig man kann Uranium TT machen oi, das ist fast schon unnötig Opal ja, aber das macht nur doll bumm, also da Opal Sword das macht 9 Detect Damage oha, das ist krass man, ich hab so viel ah, ich hab das noch an Müll wie viel Items kann ein äh, Uranium brennen? was für ein Ding? ein Uranium was? wie viele Items kann ein Uranium äh, kann Kohle brennen? mhm, äh, ich glaub was für keine Ahnung auswendig weiß ich das nicht ah ne war ich achts oh Gott okay ah, ich würd okay, warte, warte, warte oh Gott aber ich würd dann, glaub ich nächstes Mal weiter meinen Warte kommst du zur ich brauch ein Unliegen Erz jo, mach mal hier ist ein Zombie ich komm mal kurz zu dir wenn ich dich wieder finde bist du das da hinten? nein, das bist du nicht bin ich das? oder bin ich das nicht? nee, das bist du nicht okay, wir treffen uns einfach bei, äh bei, bei zuhause oh, was ist denn Oliven jetzt? wait, wo ist mein, wo ist mein Warp Stone? äh, ein Piran, den greifen ich an wo ist mein Warp Stone? das ist eine gute Frage äh, hab ich denn irgendwie in Baulitz? hab ich auch gegessen kann, warte, hast du ein Warp Stone? ja oh, äh hab ich mir das eben gefarmt kannst du eventuell dich nach Hause warpen und ich lauf dann zu dir hin also, dann schickst du Koordinaten ich weiß nicht, ob ich das kann das machst du jetzt geh nach Hause und schick mir Koordinaten hm 5 Euro ich mache 5 Euro, jetzt mach 50 Euro 50 Euro? ja, wie wär's mit 100? Junge, jetzt mach einfach ach ach, Junge ich muss das was nein scheiß mach ganz kurz ok, ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da was hast du? nix ok also weißt du noch, dass du die Nerven hast, ne? ja du aha ich habe jetzt ein Upgrade was denn? oh, scheiß meine Metall ist voll äh, äh, äh willst du willst du meinen das das was denn? das nein, die will das nicht ok, also ich habe jetzt oh fuck ich habe jetzt, ich habe jetzt das so bum habe ich das bum 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 also zum Geburtstag bum warte, hast du ein Opal Schwert? ja wait, Alpha, warte mal ganz kurz ist das nicht ein bisschen OP? 9 Attack Damage Alpha, komm mal, meinst du das nicht ein bisschen OP, oder? oh oh ja aha ok, aber weißt du was noch? weißt du was auch noch? ach Gott, jetzt kommt Opal, Chestplate, Helm, Hose, Schuhe nein who case, Jana? ah stimmt, könnte ich auch machen warte oh my god ah was ne scheiße who case deine Mom gefunden komm, gön mir was geiles gön, 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 gön oh, oh hör auf, was? ich mach auch ich geh, ich hab so ne scheiße wie deine Mutter gefunden sort, okay Junge, okay spaa, spaa, spaa Junge, was ist mit dir? nein, ich hab Mustipass gemacht ok, ich mach jetzt, ich mach jetzt Material Case na, chill, 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 chill ich mach Tool Case Junge, hör auf mich ins Junge aber die Flüsse sind schon geil gemacht, muss man sagen ne, guck mal was ich habe, Digga scheiß mal auf das okay, Tool Case, komm Trommelpürbel Digga, es gibt mehr roter als normale, alter, krass Digga, was bekomm ich jetzt schon wieder für'n Mist der, wa was Was ich habe muddy hoe da komm, scheiß drauf komm, was ich habe ich wage, Hilfe, Mama ja, was hast du denn? komm, was ich habe ja, krank das hab ich grad eben gejobbt Junge okay, komm, wir machen jetzt ich ab, Junge wir machen jetzt ab, mod Junge, jetzt lass mich in Ruhe komm her Junge, ich bin lau ich bin lau ich bin lau ich bin lau wait war der Warpstone die ganze Zeit bei mir im Inventar? und ich habe ihn nicht gesehen ah, perfekt er ist mal komplett unnötig gelaufen okay, aber ich würde sagen, das war's dann für die heutige Folge und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und lasst gerne ein Abo da, um nichts weiteres zu verpassen also ich würde auf jeden Fall gern auch die Glocke um ganz sicher ganz sicher nichts mehr zu verpassen also ah, abgezogen einfach einen wunderschönen Tag bis zum nächsten Mal und komm, mach von unten ab oder von hier ciao du Knecht, Junge ab 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 um